hallo ich hatte letztes jahr die große ehre diesen wunderschönen impulsgeberinpreis bei text zu gewinnen und meine motivation damals für die bewerbung war die einfache frage why not deshalb sage ich euch bewerbt euch traut euch ihr habt nichts zu verlieren im gegenteil der preis hat mir echt so viel gebracht so viel mehr wertschätzung und anerkennung bei meinen kunden und auch neue kunden deshalb werbt euch viel glück